hey leute und herzlich willkommen zu einem video heute zeige ich euch wie man bei dem weiblichen charakter teilweise die brüste sehen kann also so wie bei mir dass man sie nicht von der seite nicht komplett sieht aber teilweise dafür geht ihr in beliebigen klamottenladen jetzt mal erstmal die jacke aus und dann zieht ihr euch das grotti t shirt an was ich jetzt hier schon an habe dafür geht ihr auf die special tops und hier ist das grotti t shirt das sieht ihr an und dann geht ihr auf also ich hab's jetzt mit jeansjacken gemacht und eleganten jacken da geht's auch wenn da ist das stück von tischer verschwunden und man sieht teilweise die brust von der frau bei der eleganten jacke ist bei den eleganten jacken sie ist es auch so zwar nicht bei allen aber bei die die halt offen sind tja also ganz genau habe ich mir das jetzt nicht angeguckt wo es noch so geht ja der ist recht nicht ja auf jeden fall das könnte ja eigentlich auch selber rausfinden ist auf jeden fall ein cooler glitsch für die für den weiblichen charakter und ja der lässt sich bestimmt sehr gute outfits mit erstellen ja das war's mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen lasst auf jeden fall neigt daumen vergisst es zu abonnieren dann würde ich mal sagen holt rein heute bis nächstes mal ciao